Schallabsorbierender Nachtvorhang von Zimmer und Rode, Sana. Sana ist schwer entflammbar und besteht aus Polyester. Der Akustikvorhang ist blickdicht. Die Haptik ist griffig und seifig. Man spürt die sehr interessante Oberfläche. Waschen Sie Sana bei 30 Grad im Schonwaschgang. Der Akustikvorhang fällt in seine vorgegebenen Falten. Der schallabsorbierende Vorhang Sana hat einen Akustikmesswert von Alpha 0,65. Sana besticht nicht nur durch seine optimalen Messwerte, sondern auch durch die interessante Oberflächenstruktur. Die Struktur erinnert ein bisschen an eine Rohseidentapete. In die moderne Innenarchitektur passt Sana mit seinem trockenen Glanz ausgezeichnet. Der Nachtvorhang kann im privaten sowie auch im öffentlichen Raum verwendet werden. In diesen beiden Videos zeigen wir Ihnen noch weitere Nachtvorhänge mit Akustikfunktion. Oberfläche Untertitelung des ZDF, 2020